in dem video zeige ich euch wie man so ein gitter erstellen kann in einer fusion 360 anwendung meistens wenn man so viel gitter braucht oder sowas dazu gehen wir mal haben mal eine neue konstruktion und wir fangen an mit einer neuen zeichnung klicken wir hier rein unter dieses ding da kommt ja dann öffnet sich die zeichnungs ebene dann machen wir jetzt mal zwei kreise ich mache jetzt bewusst in der kreis rein ein eckiges gitter in der kreis 100 abstand und wenn man da mit dem cursor drauf bleiben das sehen wir hier dass es die d1 ist dann haben wir noch mal ein kreis sagt hier die 1 plus sehen zum beispiel sind jetzt haben wir fertig gezeichnung und wenn man jetzt hier drauf geht das sagen wir efe extrusion das hier oben bei bei der fläche hier dieses extrusion das sagen wir zum beispiel mal ziehen wollen muss hoch habe hinter taste und jetzt gehen wir noch mal auf unsere zeichnung doppelklick hier gemacht wir markieren jetzt diesen blog und sagen noch mal efe extrusion oder hier volumen körper volumen körper und da steht hier oben muss man aufpassen dass da auch drin steht zu neuer körper erstellt werden und auch da sagen wir jetzt natürlich zehn millimeter soll auch nach oben gehe und wenn wir jetzt so gucken das ist jetzt so ein 3d sind zwei kreise ineinander seht ein bisschen komisch aus damit ist damit man das bissel besser sieht man ist meistens so gehe ich hier rein und gehen diese render ansicht gehe auf materialen eröffnet sich dieser blog hier dann gehe ich hin und ziehe mir mein auf die mitte auf den inneren kreis jetzt eine farbe rein das ist einfach besser sehe und macht der andere von mir raus eine ähnliche farbe das namen der mama von mir aus grün das haben wir zwei seite haben wir diesen inneren ring und den außen ring gehen wir wieder zurück das sieht man das besser in der ansicht so und jetzt gehen wir hin und machen noch mal eine zeichnung und zwar so ein punch hole oder irgendwas was man rausziehen kann das heißt wir machen noch mal hier so diese zeichnung wenn das nicht sofort aufgeht dann machen wir escape nochmal zeichnung dann hier unten drauf das schwupp jetzt wollen wir nur noch zeichnungen sehen wie man da oben dieses ding raus und die sehen wir noch dass die zwei zeichnungen an sind jetzt sagen wir in unserer zeichnung wollen auch hier also da wollen wir ein punch hole erstellen ein eckiges loch also immer hier mehr geht hier auf eckige mattia so ein kleines blog und das sieht man der richtet sich an den kreuz das aus wie im schreibmaschine wie im papier blog so jetzt haben wir so einen blog erstellt und man drücken wir escape dann nehmen wir daraus sagen wir fertig stellen müssen wir gucken so und jetzt klicken wir auf dieses objekt drauf und geht wieder auf extrusion also hier und jetzt sagen wir er soll das rausch tanzen aber er kann das nicht direkt sofort raus tanzen also er soll nach oben raus aber soll nicht ein neuer körper nehmen sondern er soll es ausschneiden aus dem anderen objekt kann er jetzt aber nicht deswegen muss man den körper wieder einblenden sagen wir wieder wir wollen den ausschneiden hier und geht auch natürlich zehn millimeter hoch und jetzt schneider dort ist dann auch raus dann lässt das ok wieder zu jetzt haben wir sein loch drin jetzt wollen wir dieses loch war sie vermehren dazu muss man das loch jetzt markieren wir drücken wir drehen das mal ein bisschen so da haben wir jetzt diesen schöner schöner block hier da sieht man es besser jetzt kann ich ja dieses loch nicht markieren also gehe ich hier hin und mache hier diese extrusion dessen markiere ich klicke hier drauf hier unten an der leichte und dann sage ich jetzt hier oben bei erstellen gibt es diese anordnung rechtdäckige anordnung und da haben wir jetzt diese möglichkeit da kann man sagen also wollen wir in beide richtungen das laufen lassen und auch hier diese richtungstyp also x und y richtung soll da quasi vermehrt werden und jetzt kommt dann noch diese richtung ins spiel wir sagen wir wollen das nach in die eine richtung und in die andere richtung quasi projizieren gucken uns das modell wieder an und jetzt gehen wir hier sobald man jetzt hier rüber geht sieht man wie er da diese dinger macht und jetzt kann man hier sagen man möchte dieses dieser kleine blog wird jetzt laufend kopiert ich möchte ja also von mir raus immer wenn ich zwei haben dann summiert die auf und man ist ein bisschen kleiner und da gibt es jetzt noch diese an dieser einstand des hier soll abstand oder die größe ändern also und da gehen wir meistens auf abstand und sage hier er soll optimiert arbeiten von mir raus gucken wir mal nach wie es dann aussieht da genau das haben solche löcher drin und das war es auch schon was ich zeigen wollte dass man hier dann so ein mesh drin haben das kann man natürlich diesen vorgang kann man auch machen indem man dann so ein honeycamper stellt oder andere objekte und die dann hier einfügt und dadurch dass man die vorher ausgeschnitten hat aus dem inneren bleibt der äußere kreis quasi erhalten